Herzlich willkommen. Auf jeden Fall vorerst Happy New Year. Um 00.00 kommt dieses Video, falls ihr es dann wirklich sehen solltet. Auf jeden Fall trotzdem, Prost Neues. Ich wollte mich... Ich würde einmal sagen, 2014 war ein sehr schönes Jahr. Ich habe mit YouTube angefangen. Ich habe zwar nicht viel gemacht bis jetzt. Irgendwie 50, 60 Videos. Aber es gefällt mir sehr gut. Ich werde 2015 auf jeden Fall weitermachen. Ich nehme mir vor, für 2015 coole Videos zu produzieren und so weiter. Hier ist jetzt gerade ein schönes Feuerwerk im Hintergrund. Und ja, ich hoffe, die Leitungen sind nicht so blockiert um 00.00. Auf jeden Fall frohes neues Jahr. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch für 2015 vornehmt. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, viele Videos und schöne Videos zu produzieren. Auf jeden Fall in YouTube weiter dran zu bleiben. Bis dann und tschüss.